Mehrmals wöchentlich werden in Innsbruck und Umgebung Ausstellungen eröffnet, die zum Teil sehr interessante Kunst zeigen. Im Gemeindeamt Götzens und im Café Modern in Innsbruck läuft derzeit eine Doppelausstellung. Gerald Huber zeigt Werke, die den Fisch in verschiedensten Facetten im wahrsten Sinne des Wortes beleuchten. Im Gemeindeamt Götzens ist der Fisch los. Von saarlreichen Wänden leuchten verschiedenste Fischmotive von Gerald Huber. Es sind aber nicht nur Bilder, mit diversen Lichteffekten werden die Fische lebendig. Das Besondere an der 3D-Popart ist, es sind dreidimensionale Bilder, wo Fischschwärme aus den Bildern heraus oder in die Bilder hineinschwimmen. Das Ganze auf verschiedenen Hintergründen montiert. Zum Teil gemalte Bilder, zum Teil aus Stein mit Diamanten besetzt, zum Teil aus Stahl mit einem polierten Schliff drauf. Also diverse Effekte, auf denen sich dann die Fische durch Lichteffekte schattenmäßig oder mit entsprechenden Reflexionen abzeichnen. Die Vorliebe für Fischmotive resultiert bei Gerald Huber aus seiner Begeisterung zum Meer, zum Schwimmen, Schnorcheln und Tauchen. Seine Fischwerke symbolisieren Harmonie, Lebendigkeit und Lebensfreude. Das zeigt sich auch deutlich bei seiner parallel laufenden Ausstellung im Innsbrucker Café Moderne. Das Besondere an der 3D-Wellness-Art ist, dass die Fische jetzt losgelöst von den Bildern als freie Schwärme schwimmen. Einerseits auf den Wänden als Living Wall oder von den Decken, an den Decken entlang gleitend, als Seal Surf. Also Fische, die jetzt unabhängig von den Bildern eine entsprechende Wellness-Inspiration in den Baum bringen. Beide Ausstellungen von Gerald Huber laufen noch circa drei Wochen. Weitere Infos zum Künstler finden Sie auch im Internet unter www.huber.net.tv Auf Wiedersehen. Inhaltapat